Für mich war es schon immer ein Riesentraum in der Bundesliga zu spielen und jetzt eben die Möglichkeit zu bekommen bei so einem tollen Klub. Diesen Traum zu erfüllen ist einfach riesig. Ich freue mich unglaublich drauf und Wolfsburg ist seit unzähligen Jahren in der Bundesliga, haben auch schon genügend Titel gewonnen, deswegen freue ich mich, dass ich hier bin. Immer ans Limit gehen, leidenschaftlich und zielstrebig. Ja gerade diese Tugenden, dass ich immer alles gebe, mich in jeden Zweikampf reinhau, viel marschiere und dem Team einfach immer das geben kann, was mich auszeichnet. Erstmal Respekt untereinander, Kommunikation und eben diese Leidenschaft, dass jeder weiß, okay, jeder gibt für den anderen einfach alles und das finde ich extrem wichtig. Ich studiere nebenbei, studiere Wirtschaftswissenschaften, ich koche sehr gerne und bin einfach gerne draußen. Offen, lustig, herzlich und liebevoll. Ja, ich kenne den Felix Metscher, ich war mit ihm auf einem U21-Nationalmannschaftslehrgang. Ja, mit dem VfL ist es ganz klare Ziel, wieder oben in der Bundesliga anzugreifen. Die letzte Saison war jetzt nicht optimal gelaufen und das wollen wir natürlich in der kommenden Saison ändern. Für mich persönlich geht es jetzt darum, wieder den nächsten Schritt zu machen. Erstmal in der Bundesliga ankommen, die ersten Minuten sammeln und dann möchte ich richtig durchstarten. Erstmal im